... und das ist ein krissen Rohr und das Leben der Kanadans Flems ветri. Its present and its future. Geschafft. Luca Dapran fliegt als erster Kajaker 20 Meter den Marmorwasserfall in Tern in London. Zum Kajakfahren kommen wir bitte mit meinem Vater, wie ich sechs war, in Slowenien unten. Seitdem ist immer mehr, immer mehr geworden, das Wettkämpfen, international Wettkämpfen. Das war am Anfang, wo es nur Polyesterrote waren mit ganz normalen Glasfasern, das war immer sehr mühsam. Das war am Anfang, wo es nur Polyesterrote waren mit ganz normalen Glasfasern, das war immer sehr mühsam. Das war am Anfang, wo es nur Polyesterrote waren mit ganz normalen Glasfasern, das war immer sehr mühsam. Das war am Anfang, wo es nur Polyesterrote waren mit ganz normalen Glasfasern, das war immer sehr mühsam.